Hi Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Channel, herzlich willkommen bei Bennys Movie Collection. Einige Zeit ist vergangen seit dem letzten Update-Video, es war ja das verschollene Update-Video, welches ich schon im Dezember aufgenommen hatte und seit Dezember sind wieder einige Sachen ins Haus geflattert, seien es technische Updates oder auch hier Blu-Rays, 4Ks, Figuren, Vinyls, wir haben hier alles mit am Start. Startspiele habe ich jetzt nicht mit reingepackt, habe ich ehrlich gesagt auch vergessen, da war aber auch gar nicht so viel mit dabei, unter anderem war das Dead Space Remake mit dabei oder auch hier das Hogwarts Legacy, das auch einen riesen Spaß gemacht hat, riesen Suchtpotenzial hatte und als nächstes steht schon Resident Evil 4 in den Startlöchern. Ja, aber wir fangen hier mit dem technischen Update an, denn ich bin auf Dolby Atmos umgestiegen, was das Heimkino-Segment angeht. Ich habe mir hier von Teufel ein Heimkino-System zusammengestellt, zusammen mit einem Denon AV-Resiever, der Dolby Atmos unterstützt. Es gibt ja verschiedenste Formate, die man hier mit Dolby Atmos machen kann, Allgemeinton-Formate, man kann ja auch die Lautsprecher links und rechts von sich positionieren. Dann haben wir das Dolby Atmos-System, wo wir zwei Atmos-Lautsprecher an der Decke haben, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Es gibt aber auch eine Variante mit vier Lautsprechern an der Decke. Es gibt aber noch ganz viele andere Varianten, wo auch alles zusammen kombiniert ist. Ich habe jetzt hier erstmal die einfache Atmos-Variante, wo wir zwei Lautsprecher an der Decke haben und das rumpst schon ganz schön. In den Heimkino-Foren bei den ganzen Freaks, da bin ich echt noch ein Amateur und wirklich nur ein Einsteiger. Wenn man dieses System hier so holt, wie man es jetzt hier stehen hat, kann man locker so mit 2K rechnen, inklusive Receiver. Aber das ist alles noch Peanuts für die richtigen Freaks. Bei 2000 fängt bei denen erstmal ein Lautsprecher an. Soweit bin ich noch nicht, aber ich muss sagen, hier für Einsteiger ist das doch ein Top-Update, ein Top-Set. Da rumpelt die Bude auf jeden Fall. Es macht richtig Laune. Ich habe letztens noch mal Top Gun Marry geguckt. Ich dachte echt, die Jets fliegen hier durchs Wohnzimmer. Macht auf jeden Fall Spaß, auf diese Art Filme zu gucken. Und es war lange überfällig, dass ich mir mal so ein Setup zusammenstelle. Ja, dann habe ich hier noch ein Blu-Ray-Update gemacht. Jetzt mischen wir das langsam mal ein bisschen. Wir haben hier Halloween Ends. Und ihr seht schon, das ist kein Steambook. Wir haben keine 4K. Wir haben hier die stinknormale Blu-Ray, weil es mir der Film einfach nicht wert war, in einer höheren Edition, sage ich mal, zu kaufen. Ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht von diesem Film. Habe ihn dennoch gekauft, weil ich mir ein zweites Bild von dem Film machen wollte. Nach diesen ganzen positiven Stimmen, die im Internet über den Film irgendwie aufgetaucht sind. Wo ich mir dachte, kann doch nicht sein. Ich muss noch mal reingucken. Und nein, es hat sich nichts geändert. Der Film ist einfach ein unwürdiges Finale der Green-Trilogie. Und jeder Halloween-Fan, der die Green-Trilogie feiert, der die Green-Filme feiert, der allgemein hier Halloween feiert, muss doch sehen, dass das kein guter Film ist, dass das kein gutes Finale ist. Und ich rede hier nicht von der technischen Umsetzung. Denn die Kameraarbeit, die Inszenierung, das Drehbuch für sich genommen, war eigentlich okay, war ganz gut, war wirklich gut gemacht. Aber nicht für dieses Finale. Halloween Ends hätte ein Finale gebraucht, welches hier nicht geboten wurde. Und das war sehr, sehr enttäuschend. Die Charaktere, die unlogisch geschrieben wurden, Handlungsstränge, die wirklich unlogisch waren, das alles hat nicht zusammengepasst. Wenn wir hier die Geschichte rund um Cory als einzelnen Film genommen hätten oder als Spin-Off von mir aus oder ein Film, der gar nichts mit Halloween zu tun hat, dann wäre das wirklich ein Top-Film gewesen. Aber so als dieses große Finale nach über 40 Jahren zwischen Laurie Strode und Michael Myers, war das eine sehr, sehr große Enttäuschung. Das kann ich anders nicht sagen. Dennoch gibt es draußen natürlich Leute, denen der Film gefällt. Aber hier zieht bei mir nicht die Meinung, dass Geschmäcker halt verschieden sind. Das hat nichts mit Geschmack zu tun, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet. Als Finale hat der Film für mich versagt. Und ja, aber dennoch, wer natürlich Spaß mit dem Film hat, dem sei es gegönnt. Und ja, mich hat er auf jeden Fall enttäuscht. Deshalb bleibt es hier auch bei der Blu-Ray Keepcase. Anders ist es hier beim Soundtrack. Denn da habe ich mir hier die Vinyl zugelegt. Die Schallplatte zum Halloween Ants Soundtrack. Denn der ist wirklich mega. Wieder richtig bombastisch. Da kommt Feeling rüber. Und den kann man sich auf jeden Fall richtig geil reinpfeifen. Und ich mag ja, dass so diese Film Soundtracks über Schallplatten. Und deshalb musste Halloween Ants der Soundtrack natürlich auf Vinyl in die Sammlung. Dann machen wir hier gleich weiter mit den Keepcase Updates. Wir haben hier noch ein 4K Update. Da haben wir zum Beispiel The Last Duell. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Er ist ja kostenlos auf Disney Plus verfügbar. Wollte aber unbedingt den Film auf Disc haben. Weil für mich immer noch die Disc technisch immer die Nase ein bisschen vorne hat. Und deshalb musste hier die Disc her. Bin schon gespannt auf den Film. Und ja, ist ja von Ridley Scott. Was leider heutzutage auch nicht immer was zu bedeuten hat. Ja, die großen Namen der Regisseure. Da sind oft auch jetzt einige Gurken dabei. Ja, aber am Ende werde ich sehen, ob der Film mich überzeugen kann. Dann habe ich hier noch 2 Filme, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich die im letzten Update schon mal gezeigt habe. Ich glaube aber nicht. Da haben wir nämlich einmal das fünfte Element noch in 4K. Der war da auch gerade günstig. Ich glaube für 12 Euro habe ich den geschossen auf Amazon, wenn mich nicht alles täuscht. Und Bild ist auf jeden Fall okay. Film macht immer noch Laune. Und deshalb hier in 4K das fünfte Element. Noch ein Film von Jordan Peele. Wir haben hier Nope. Ich meine, den habe ich auch noch nicht vorgestellt. Denn das war auch einer der ersten Filme, den ich über das neue Setup hier geguckt habe. Und der hat auch Dolby Atmos Ton, der wirklich richtig, richtig gut ist. Macht auf jeden Fall Laune, wenn hier dieses Teil, dieses UFO nenne ich es mal, umherfliegt. Und wenn es regnet, der Regen kommt wirklich von oben, von den Lautsprechern. Das macht wirklich Fun. Und der Film hat mir persönlich auch wirklich gut gefallen. Hat nicht so viele Fans, aber ich fand den recht gut. Ein weiterer Film von Jordan Peele, der in die Sammlung gekommen ist, das ist hier Wir. Auch ein cooler Film. Ich mag die Jordan Peele Filme, obwohl ich mir anfänglich damals ein bisschen schwer mitgetan habe. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich mag seine Filme. Vor allen Dingen Get Out. Und ist halt hier tatsächlich dann auch Geschmackssache. Ich packe die zur Seite und wir gehen hier weiter. Dann habe ich mir nämlich für 8 Euro im Müller den Film Der Plop geholt. Hier steht das Remake, neuer HD-Transfer, erstmals auf Blu-ray. Das hat mich beim Kauf erstmal so ein bisschen irritiert. Weil als ich dann hinten drauf geguckt habe, war der Film doch schon relativ alt. Hab nämlich gar nicht gecheckt, dass der jetzt hier irgendwie, glaube ich, aus den 80ern ist. Und der Original-Plop irgendwie aus den 50ern. Müsste ich jetzt lügen, aber steht hier auch irgendwo noch dabei. Auf jeden Fall kann man den richtig gut gucken hier. Die Practical Effects sind wirklich mega. Der Film macht richtig Laune. Hätte ich nicht gedacht. Der Plop war so ein Film, wo die Sichtung viel, viel zu spät bei mir war als Film-Fan. Und kann ich auf jeden Fall jedem Horror-Fan ans Herz legen. Dann ein neuerer Film, der in die Sammlung gekommen ist. Und zwar haben wir hier The Devil's Light. Und ja, The Devil's Light. Ich habe den Film, ich habe einen Trailer gesehen. Denn der Trailer hat mich echt überzeugt. Ich hatte Bock auf einen Film. Es war ein Film, den ich mir seit langem, langem mal blind gekauft habe. Und hier den vollen Preis von 14,99 Euro gezahlt habe. Und habe es natürlich direkt wieder bereut. Und wieder mal gezeigt bekommen. Leid ihr doch bei Filmen, wo du dir nicht sicher bist. Die Filme erst mal digital aus für 4,99 Euro. Und dann kann man die immer noch nachkaufen. Denn hier wurde ich tatsächlich enttäuscht. Der Film ist wirklich ein 0815 Horrorfilm. Der eigentlich gar nicht so viel Spannung bietet. Nicht mal so ein paar richtig coole Jumpscares hat. Ja, also da kommt keine Atmosphäre richtig rüber. Ich fand den Film nur mittelmäßig. Muss man nicht unbedingt jetzt hier für den Vollpreis holen. Wenn der mal in einer 99-Cent-Aktion digital drin ist, dann kann ich den empfehlen. Kann man den mal gucken für so einen netten Abend. Aber der wird wieder abgestoßen. Den brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt in der Sammlung. Dann ein Film, der auch schon ewig gefehlt hat. Den ich unbedingt haben wollte. Und zwar haben wir hier The Faculty. Traue keinem Lehrer. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist das hier eine UK-Fassung. Aber die hat einen deutschen Ton mit an Bord. Und den bekommt man für ca. 10 Euro bei Amazon. Und ja, habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Hat ein bisschen gedauert, bis er da war. Ich glaube fast zwei Wochen. Aber das war nicht schlimm. Wie gesagt, für 10 Euro kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Denn das Mediabook, welches mal herausgekommen ist, ist mittlerweile unbezahlbar. Das schwankt so zwischen 100 und 200 Euro der Preis für ein Mediabook. Das ist der Film meiner Meinung nach dann aber auch nicht wert. Und ich glaube, die deutsche Keepcase ist irgendwie vergriffen. Die bekommt man fast gar nicht mehr. Oder wenn, auch nur noch recht teuer. Deshalb kann ich hier nur jedem empfehlen, zur UK-Version zu greifen. Denn die hat, wie gesagt, auch deutschen Ton mit an Bord. Dann ein Film, den einige von meinem Channel hier noch kennen dürften. Und zwar haben wir hier Cup der Angst. Und da habe ich ja letztens ein Video gemacht, dass ich mir den in den Warehouse-Deals bei Amazon gebraucht gekauft habe. Wo die Hülle komplett zerstört war. Alle Einzelteile zerlegt war. Der Film, die Disc war nicht mehr in Ordnung. Der Film ist gar nicht abspielbar gewesen. Und dann ist der, zu diesem Zeitpunkt muss ich sagen, war er aber auch anders nicht zu bekommen. Nur gebraucht. Und ein paar Wochen später war er dann aber tatsächlich wieder verfügbar. Und war in einer Multi-Buy-Aktion, war er dann hier verfügbar gewesen. Und dann habe ich mir den, na, ich müsste lügen, 4 für 20 Aktionen oder sowas, habe ich mir den dann gekauft. Und ja, habe den letztens geguckt. Ein bombastischer Film. Robert De Niro, der dem Psychopathen hier wirklich, wirklich gut spielt. Den Film kann man auch heute immer noch richtig gut gucken. Man merkt halt, das ist ein Martin Scorsese-Film. Ist dann noch ein Film, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Der war, glaube ich, auch in dieser Multi-Buy-Aktion dabei. Und zwar haben wir hier mit Al Pacino Insomnia schlaflos. Habt den schon ewig nicht mehr gesehen. Habt den aber sehr, sehr gut in Erinnerung. Und deshalb musste der unbedingt nochmal in die Sammlung. Was mir damals entgangen ist, dass der Film tatsächlich von Christopher Nolan hier inszeniert wurde. Und das macht das Ganze nochmal interessanter. Denn ich mag die Filme von Nolan. Und wie gesagt, schon damals hat mir Insomnia gut gefallen. Und ich bin gespannt, ob meine Erinnerung mich trügt. Oder ob der Film tatsächlich so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich lege die zur Seite, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Denn wir haben noch einige Sachen, die hier vorkommen. Und zwar haben wir hier einen neuen Film. Aktuell Violent Night. Und ich glaube, David Harbour heißt der Hauptdarsteller. Ich muss jetzt lügen. Kennen wir aus Stranger Things etc. Oder Black Widow hat er auch mitgespielt. Ist momentan ja auch sehr beliebter Schauspieler. Und ich mag ihn auch. Den neuen Hellboy hat er auch gespielt. Welcher übrigens auch hier im Update noch mit dabei ist. Und ja, Violent Night. Ein sehr, sehr lustiger, blutiger Action-Weihnachtskomödienfilm. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Macht richtig Laune. Hier spielt Harbour Center. Der gerade in einer Villa Geschenke verteilen will. Wo ein paar böse Buben den Tresor knacken wollen. Und er mich die bösen Buben auf. Macht auf jeden Fall Laune. Haben wir letztens den Film auf Apple TV gekauft. Oder geliehen. Und alles auf Deutsch. Deutschinhaltsangabe Trailer. Ja und dann war der Film plötzlich doch nur komplett auf Englisch. Hab dann aber mein Geld zurückbekommen. Und dachte mir, ah der ganze Stress hier. Ich kaufe mir jetzt einfach die Keepcase. Habe ich auch blind gekauft. Und hier habe ich es nicht bereut. Und wirklich zu empfehlen. Ein witziger, blutiger Weihnachtsfilm. Dann noch ein Film, der auch, wo ich dachte, der wäre hier OOP. Und wäre schwer zu bekommen. Joyride. Gibt es ja auch im Mediabook. Ist glaube ich auch mittlerweile ein bisschen teurer und vergriffen. Aber es gab wohl hier vor kurzem eine Neuauflage im Keepcase. Joyride mit Paul Walker. Ein sehr, sehr geiler Film. Den ich auch jedem empfehlen kann. Musst du auf jeden Fall auch in die Sammlung. Dann habe ich mir noch Müller war es glaube ich auch. Der Fluch gekauft. The Grudge. Der erste Teil. Habe ich auch gut in Erinnerung. Kam ja auch dieses Mediabook raus. Das Mediabook hat mir persönlich. Ein Doppelset Mediabook mit Teil 2 noch dabei. Hat mir persönlich aber nicht gefallen. Aber habe mir hier Teil 1 dann in der Keepcase geholt. Dann habe ich jetzt letztens noch ein Doppelupdate gemacht im Müller. 2 für 15 Euro. Und da wollte ich unbedingt nochmal Blackphone gucken. Und deshalb habe ich mir Blackphone nochmal geholt. Ich war im Kino tatsächlich auch hier etwas enttäuscht. Aber ich gebe Filme immer gern mal eine zweite Chance. Weil manchmal ist man nicht so auf der Höhe, wenn man einen Film guckt. Manchmal sind die Erwartungen so hochgeschraubt, dass man nur enttäuscht werden kann. Manchmal braucht man eine Zweizichtung, um einen Film anders wahrzunehmen. Und ihn vielleicht als besser zu empfinden. Bei Halloween Ends hat es zum Beispiel nicht geklappt. Aber bei Operation Overlord zum Beispiel, den ich vor kurzem nochmal geguckt habe. Der hat mir beim ersten Mal gar nicht gefallen. Jetzt finde ich den richtig gut. Und ich bin jetzt gespannt bei The Blackphone. Jetzt wo ich weiß, was mich erwartet. Ob er mich jetzt doch überzeugen kann. Ob ich ihn jetzt besser finde. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass er zu viele offensichtliche Logikfehler hat. Und Dinge, über die man so eigentlich nicht hinwegsehen kann oder sollte. Habe mir den trotzdem geholt. So, jetzt habe ich aber nichts gefunden. Keinen zweiten Titel für die 2 für 15. Und habe dann gedacht, okay, da steht noch ein Film, den ich unbedingt ein zweites Mal sichten will. Weil er mich beim ersten Mal nicht so überzeugt hat. Und das ist hier der neue Wrong Turn. Ja, da bin ich auch jetzt mal gespannt, wie er mir beim zweiten Mal gefällt. Ich hoffe, es wird besser. Da sind aber so zwei Kandidaten ja, wo es wirklich so eine 50-50 Chance ist. Ob die jetzt in der Sammlung bleiben oder nicht. Dann noch ein Film, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wie man das ausspricht. Habe ich auf jeden Fall. Ich müsste lügen. Ich glaube, auf Netflix gesehen. Und zwar geht es hier um Meander, Mander, Survival Instinct. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Verzeiht mir. Aber ihr könnt es ja hier sehen. Auf jeden Fall ein sehr klaustrophobischer Film. Wo so eine Dame entführt wird und wacht plötzlich in so einem ganz engen Labyrinth auf. In so einem Schacht praktisch, wo sie durchklettern muss. Und wer hier wirklich Platzangst hat um Klaustrophobie, der sollte einen Bogen um den Film machen. Er ist schon, wenn man sich darauf einlässt, sehr beklemmend und sehr gut gemacht. Ein wirklich cooler Survival-Film, der schon leicht in die Richtung Horror geht. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Der müsste ja auch dann, glaube ich, noch gratis bei Amazon oder Netflix sein. Müsst ihr mal gucken. Ich habe ihn auf jeden Fall gratis bei einem Streaming-Anbieter geguckt und fand ihn so gut, dass er auf jeden Fall auf Disc in die Sammlung musste. Dann nochmal ein letztes Keepcase-Update für heute. Und zwar haben wir hier Basic Instinct mit Michael Douglas und Sharon Stone. Ein Film von Paul Verhoeven. Ja, und wie kommt es dazu? Erstmal, das ist ein Film, ich persönlich brauche den nicht unbedingt in 4K. Es ist ja, glaube ich, in 4K, Steve-Book etc. rausgekommen. Ich habe mir jetzt die günstigere Blu-Ray-Keepcase-Alternative geholt, aber mit dem neuen Bildmaster, welches hier auf der digital restaurierten 4K-Master basiert. Deshalb gehe ich hier auch von einem guten Blu-Ray-Bild aus, wo das vollkommen reichen wird. Ich habe nochmal Bock auf den Film, der in meiner Sammlung fehlt, eigentlich aber in keiner Sammlung fehlen sollte. Wie kommt es dazu? Ich habe im Moment gerade Urlaub und bin nachts öfters wach. Und ja, dann zappt man halt so durch die Streaming-Anbieter und hat mir da eine Doku reingezogen über Robocop. Und der war ja auch von Paul Verhoeven. Und da hatte ich so Bock auf diese Filme von Paul gehabt, dass ich dachte, okay, was hat er denn noch so alles getreten? Dann bin ich auf Basic Instinct gestoßen und dachte mir, okay, den muss ich auf jeden Fall jetzt mal in die Sammlung holen und wieder sichten. Und ich habe den schon mal gesichtet, habe den auch bei Letterboxd gerankt und da hat er auch volle Punktzahl. Also auf jeden Fall ein Brett, der Film. Und ja, wir gehen weiter. Dann noch so ein kleines Figuren-Update. Ich habe hier eine Funko-Pop, die habe ich von meiner Freundin bekommen. Wir waren damals im Laden gewesen, wo ich sagte, okay, der da ist ja echt süß. Und die ein oder andere Funko-Pop habe ich ja schon in der Sammlung. Weshalb hier The Giant von The Mandalorian. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Goku, GroKu, ich müsste lügen. Ja, auf jeden Fall ein ganz süßer Fratz. Ja, und habe ich hier von meiner Freundin bekommen. Und ja, ich finde den auf jeden Fall richtig super. Ja, den stelle ich hier auf die Seite. Dann kommen wir noch zu einem Serien-Update. Und wir haben hier die Dexter-Complettbox. Hier noch die dicke Version. Ich glaube, da gibt es ja auch eine dünnere, abgespeckte Version, die nicht so toll aussieht. Und ja, Dexter, eine wirklich geniale Serie, die ich auf eine Stufe mit Game of Thrones oder Breaking Bad etc. stelle, gehört für mich zu den High-End-Serien. Und hatte die damals auch in dieser Plot-Slide-Edition, hieß sie, glaube ich, wo man hier die Trophäen-Box von Dexter nachempfunden hat, wo er diese Blutplätschen drin gesammelt hat. So war die aufgebaut mit den ganzen Disks drin. Hatte ich damals dann abgestoßen, hat mir zu viel Platz weggenommen. Und habe gesagt, ich hole mir irgendwann dann bei dem passenden Preis hier die normale Blu-Ray-Box. Und tatsächlich war hier vor kurzem eine Aktion gewesen. Ich glaube, bei Media-Dealer war es. Habe ich hier die Komplettbox für 38 Euro bekommen. Und das ist wirklich ein super Preis im Geschäft. Lokal kostet die meistens so 70, 80 Euro. Und das ist ein Top-Preis. Ja, die neue Staffel, die jetzt erst rausgekommen ist, ist hier natürlich nicht dabei. Habt ihr aber schon gesehen. Und muss sagen, die ist ganz nett. Hätte man jetzt aber nicht gebraucht. So Staffel 1 bis 8 ist es hier jetzt, glaube ich, reicht da vollkommen aus. Aber wenn der Preis stimmt, wird natürlich auch die aktuellste Staffel hier zur Komplettierung auch noch in die Sammlung genommen. Dann haben wir hier noch... Ha, es geht immer noch weiter, immer noch weiter. Da haben wir hier noch ein paar Mediabook-Updates. Wie eben erwähnt, habe ich mir Hellboy Call of Darkness. Wie heißt der denn jetzt? David, David Harbour. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich es richtig ausspreche. Haben wir hier Hellboy Call of Darkness im Mediabook. Gefällt mir ganz gut. Ich habe den Film schon als normal. Blu-ray, das hier ist ein 4K-Media-Book. Das war beim Mediamarkt gerade für 14,99 Euro im Angebot. Und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Dann haben wir hier noch vom Turbine-Medien P2 Schreie im Parkhaus. Habe ich auch sehr guten Erinnerungen. Ich mag die Veröffentlichungen von Turbine, weil hier bildtechnisch und soundtechnisch immer was gemacht wird. Man hat hier nicht diese 0815 Repack-Veröffentlichungen. Hier haben wir zum Beispiel 9 Dolby Atmos oder Auro 3D Sound. Und das macht die Turbine-VÖs halt immer so interessant. Und ich meine auch, dass P2 relativ OOP ist. Also den bekommt man nur noch schwer als Keepcase etc. Oder halt teurer. Müsste ich aber lügen. Ja, aber das Media-Book hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ist dann in die Sammlung gewandert. Und genauso lange, wie ich immer mit Videos brauche, wo ihr manchmal ewig warten müsst auf neue Videos von mir, mussten Fans und ich sehr, sehr lange auf das hier warten. Ja, die Blair Witch Collection in der Piece of Art Box von Burn & Blood. Meine Fresse, was war das? Ein Hin und Her, bis die Fans diese POA-Box endlich in ihren Händen halten konnten. Burn & Blood wirtschaftet sich wirklich total in den Ruin mit ihrer Strategie und was sie hier alles so vom Stapel lassen. Ich hoffe, dass sie nochmal die Kurve kriegen. Das ist ein anderes Thema jetzt hier. Aber die POA-Box, wirklich fantastisch sieht sie aus. Wird eventuell auch noch ein Einzel-Unboxing kommen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall eine nette Box. Wirklich schön gemacht vom Design her. Das gefällt mir richtig gut. Wenn man vom Burn & Blood mal was in der Hand hat, dann ist es meistens auch qualitativ wirklich top. Und ja, aber ich glaube, ich habe hier, ich müsste lügen, zwei, zweieinhalb Jahre oder fast zwei Jahre irgendwie gewartet, bis hier mal die POA-Box-Nachbestellung angekommen ist. Dann Media Book, das sehr, sehr teuer war, das ich aber als Fan unbedingt in der Sammlung haben wollte. Und zwar haben wir hier das Halloween Kills Media Book von Nameless Media. Und über Ike damals bestellbar gewesen. Und ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, 46 Euro, 50 Euro mit Versand. Es war recht teuer. Es war sehr, sehr teuer. Normal mache ich das nicht. Aber Halloween Kills hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, als das, was er sein sollte. Genauso wie bei Halloween Ants, der nicht war, was er sein sollte. Halloween Kills hat auch seine Schwächen, aber hat bei mir ein hohes Ranking bekommen, weil er halt genau das ist, was er vermitteln wollte. Halloween Kills. Ja, Michael, der einfach nur wutentbrannt durch Hattenfield läuft und rumschlachtet. Da sucht man nicht viel Sinn, nicht viel Story. Ja, der Film hat einfach unterhalten und das geboten, was der Titel schon preisgibt. Und der Film hat mich geflasht. Also ich fand ihn richtig cool. Kommt natürlich storytechnisch etc. von der Inszenierung her nicht an den Vorgänger ran. Aber Halloween Kills hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt dieses schicke Mediabook gebraucht habe. Ich habe auch noch das 4K-Steebook. Das werde ich dann aber demnächst abstoßen. Werd das wahrscheinlich verkaufen. Und dann habe ich hier dieses Mediabook. Dann bleiben wir gerade beim Thema Halloween, denn das sind im Dezember noch von NSM diese 4K-Mediabooks zu Halloween 3 rausgekommen. Season of the Witch, die Nacht der Entscheidung, wie es hier heißt auf dem Mediabook. Und ja, ein richtig geiles Cover. Also das ist wirklich mega. Und ich muss sagen, Halloween 3, ich finde den Film alleinstehend für sich genommen richtig, richtig gut, hat richtig Laune gemacht. Und das 4K-Bild kann sich tatsächlich sehen lassen. So auch bei Halloween 2. Auch ein abartig geiles Cover-Design hier. Wir haben John Carpenter's Heroine 2. Im Hintergrund sehen wir noch den Sam Hayne-Schriftzug. Ja, unten Michael V an Flammen steht. Das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Design vom Mediabook. Und auch hier die 4K wirklich gut. Wobei ich sagen muss, den ersten Teil, den ich ja auch in 4K bekommen habe, habe ich letztens auch geguckt. Und da ist das Bild noch geiler. Beim ersten Teil lohnt sich die 4K wirklich. Die haben da, ohne irgendwie was zu verfälschen, ohne den Charme zu verfälschen, haben die ein wirklich bombastisches Bild rausgeholt. Und das macht wirklich Laune. Dann noch ein Nameless-Media-Book. Und zwar hier Hostel 2. Ewig hat es gedauert, bis der Film endlich mal herausgekommen ist. Und jetzt im Nachhinein, wo ich den nochmal gesehen habe, der ist gar nicht so krass, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ist gar nicht so krass, wie jeder macht. Ist aber ein guter, solider Film. Dass es da aber so lange gebraucht hat, bis der rausgekommen ist, ist für mich unverständlich. Jetzt hoffe ich nur noch, dass auch mal von Texas Chainsaw Beginning irgendwie eine coole VÖ kommt. Am besten noch in 4K oder so. Ja, das war es hier zu den Mediabook-Updates. Ich hoffe, der Akku hält hier noch durch, denn es ist wirklich viel, was hier reingekommen ist. Da haben wir noch ein paar Stebooks. Da haben wir zu einem Black Adam. Kann man jetzt gar nicht so gut erkennen, weil das Design so dunkel ist und dann noch in der Folie. Aber ein Black Adam Stebook in 4K habe ich mir geholt. Mir persönlich gefällt der Film. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Dann gab es bei Amazon Italien eine 4K-Aktion und die haben ja sehr oft deutschen Ton mit an Bord, weshalb sich ein Blick bei Amazon Italien immer mal lohnt. Denn da haben wir Stebooks für unter 15 Euro bekommen. Zwischen 12 und 15 Euro mit 4K. Zum Beispiel The Green Mile, das 4K Stebook. Ein bombastischer Film, der mir trotzdem noch in der Sammlung gefehlt hat. und hier das 4K Stebook für unter 15 Euro. Das muss man einfach mitnehmen. Der Film hat auch deutschen Ton mit an Bord. Dann haben wir hier Dumbledores Geheimnisse. Auch in einem fantastisch schönen Stebook. Auch wenn der Film leicht schwächelt. Aber das Stebook auch hier. Gut, das war das Einzige, wo es 16 gekostet hat. Ich glaube 15 Euro noch was. Aber dennoch 16 Euro für ein 4K Stebook. Das bei uns hier in dieser Form um die 30 bis 40 Euro kostet. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, wie hoch die Preise in Deutschland sind. Und in der Aktion auch für unter 15 Euro habe ich mir da noch Tenet im 4K Stebook mitgenommen. Das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ja, was wir dann noch bekommen haben. Es stapelt sich und stapelt sich hier neben mir. Noch zwei Updates, die ich hier reinhalten möchte. Wir haben einmal den Film Ice Road im Stebook. 4K Stebook mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Nicht der Oberburner an Filmen, was die Geschichte angeht. Ja, das Drehbuch angeht. Aber ein Film, der Spaß macht, der unterhält. Und meiner Meinung nach zu den etwas besseren, neueren Filmen von Liam Neeson gehört. Kann man auf jeden Fall gucken. Und das Stebook war, glaube ich, bei Cape Light. Ich müsste lügen. Ich glaube, bei Cape Light war es hier im Weihnachtsangebot für 8 Euro. Dann ist noch Versand dabei gekommen. Da waren wir, glaube ich, bei 12 Euro für ein 4K Stebook. Auf jeden Fall vertretbar. Und dann hier, hier müsste ich lügen. Ich konnte es kaum glauben. Ich meine aber, ich meine, das 4K Stebook zu Dr. Sleeps Erwachen war bei Mediamarkt. Ich müsste lügen, aber ich glaube tatsächlich 8 Euro. Ich meine, 8 Euro hätte es gekostet. Zwischen 8 und 12 Euro. Es war so sportbillig, dass ich es kaum glauben konnte. Ich glaube, es waren 8 Euro. Wo ich gedacht habe, okay, ich bestelle das einfach. Wird wahrscheinlich eh storniert. Aber nein, ich habe tatsächlich dann ein paar Tage später die Abholbestätigung bekommen. Ich meine, es waren 8 Euro. Dr. Sleeps Erwachen im 4K Stebook. Das Stebook ist immer noch hässlich. Gefällt mir immer noch nicht. Genauso, ich habe dasselbe Stebook ja als Blu-Ray Stebook, welches ich jetzt auch verkaufen werde. Natürlich dann sportbillig. Aber hier ging es mir rein wirklich nur um die Disc. Für 8 Euro dann hier eine 4K Disc von Dr. Sleep. Dieses Upgrade habe ich dann gemacht. Auch wenn das Stebook wirklich erschreckend hässlich ist, meiner Meinung nach. Das war es dann hier zu den Updates, die von Dezember bis März hier reingeflattert sind. Und es wird demnächst noch mehr Zoll kommen. Jetzt kommt auch bald noch das im Westen nichts neues Mediabook. Und es kommen bestimmt noch einige Filme in die Sammlung. Ihr könnt mir eure Meinung zu den Updates gerne in die Kommentare reinhauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. Auf Wiedersehen.